Hallo und herzlich willkommen mit mir, die freundliche Peter Maus von dem Ant, der sie gleich von der Zombie angegriffen wird. Und ich habe mir einen Plan gemacht für diese Folge und zwar, ich werde mit was ganz besonderen anfangen. Egal, warte, muss ich mal ganz kurz gleich angucken. Und, mein Wortgucken. Gut. Ja, mit das hier fange ich an. Damit fängt man an mit einem Buch. Haben wir ein Buch? Wer weiß vielleicht? Warte weiß. Nein, wir haben jetzt trotzdem ein Buch. Ja, aber... was? Ähm, 1,3,6. Ah, okay. Jetzt muss man das mal ein Buch im Oberflügel. Die Schwachsinn ist einfach. Ich weiß. Ja, ich weiß. Du hast die Merkungsstellen schon mal. Warum nie? Ich werde die Küche erstmal sehr orientalig schon stellen. Jetzt sieht man doch auf die Recipe. Ich habe das mal sehr gerne. Ich habe das mal eine. Ich habe es mit. Du hast ja, ich habe es mit. Jetzt habe ich auch mal. Dann habe ich dieses Mal. Ja, ich habe es mit. Dann habe ich das mal gemacht. Ich habe es mit. Ich habe es mit. Das schauen wir gar nicht, dann. Ähm... Dann brauchen wir... Play. Wie man sieht, ich hab's ausgeschieden auch geschafft, mir schon einen Teil der Werkzeuge zu basteln. Aber halt nur einen Teil, oder? Für mehr reicht es mir, ich meine ja nämlich. Ist auch nicht bei der Frage. Überleben wir es schon. Oh... Oh... Guck dir in die Tappe. Oh... Guck dir in die Tappe. Ja... Ich brauch mir die Kappe mal, oder? Hm? Du älst nicht? Ja. Ja, ich hab ganz in die Tappe noch nicht. Ich hab ganz in die Tappe noch nicht. Oh, das ist ein Oma. Einer haut mal rein. Äh, du wollen mal rauber Tappe... Nein, danke. Okay. Okay. Okay, das ist ja... Hier haben wir den Kipp. Dann brauchen wir den Kippen. Dann brauchen wir den Kippen, die gesagt hast. Hahaha. Wollt ihr schon mal drauf, wenn wir anfangen, Pandora Boxen zu finden? Das wird ein Chaos, der jetzt muss ich sehen. Aber egal. Und macht das Spaß. Es wird auch eine Sonderfolge geben, wo man so einen dicken, fetten... Ähm... Tinktisch aus, ne? Der ist das in gleicher Sonntag. Tinktisch aus. Ähm... Ich weiß was meine. Ähm... 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 Ja, genau. So nicht gerade so. So nicht gerade so. Okay, das machen wir uns wieder. Ich hoffe euch freuen drauf. Ich mache weiterle Laune. Es hat nicht zu dauern. So, dann brauchen wir noch Glas. Wäre das Glas... ... genug. So, das sind jetzt noch andere Sachen. Aber das wäre wieder... ... schlimm. Da würde ich noch Probleme haben. Ich halte lieber mal die Klappe zur Arbeit los. Ähm... 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 Ja, ich muss ja drüber mit... 16 und so zu denken, ne? Was ist denn das von mir? Ähm... Was ist denn das von mir? Kannst du mal alles bei Ebay klauen? Du ziehst doch Stromkabel bei DSL, ne? Äh... Ne, via DSL. So war das doch. Ich glaube, der Packet geht plattern. Deshalb mach ich mal schnell mal rein. Hier ist es nicht mehr los. Adrien, das ist gut, weil ich geschrieben habe, ich weiß das schon seit etwas länger das ist, dass es das jetzt schon gibt. Ich glaube ich muss unser Eis nicht zu halten. Oder vielleicht nicht. So, bin ich gerade dabei, man denkt, wir waren nicht gerade da, ich muss unser Eisenblatt liegen. Du weißt doch, ich brauche doch einen Haufen Eisen schon dafür. Ich brauche einen schon mehr. Ein, zwei, drei. Schau, dass wir noch nicht in der eigenen Version sind, wenn wir gleich drei Türen rauskriechen. Ah ja. So, dann baue ich kurz mal ein bisschen mit anderem Block von rechts und das. Dann mache ich gleich eine kleine Fläche hin. Ähm, dass dann die Teile davon, äh, die Hauptsache auch. So, dann denke ich gleich, dass wir hier unten sind. Und jetzt koche ich gleich immer ein bisschen. Das ist aber auch schon immer noch die Einführung im Zeile. Jetzt das sind die Einführung im Zeilen. Jetzt kann ich auch nur noch einen Einführung. Die Einführung im Zeilen machen es auch gar nicht nur noch ein bisschen. Die Einführung ist das nicht. Jetzt geht es aber nicht zu platzieren, das ist ja alle die versuchen das hier zu platzieren, aber das geht es nicht alles so, leider ist das total dumm, aber ok, Kallanimation und das gibt es mir oben auch. Hier kann ich dann eigentlich Rezepte sehen, aber die... Ach ne, ich habe ein rohes Ei im Moment da, das hat nicht zu langer Zeit, aber ich weiß. Ah, so, Ad, eh, Pam, Papa, Pam, Pam, Pam. Hau mal den natürlich mit YouTube. So, so, so. So, kann ich mal den fast noch kratzen. So, ich muss auch noch mal rein filmen bei Gelegenheit, dass ich hier die Rezepte mit Bond-Click raus machen kann. So, dann müssen wir gucken, ob wir den noch zu sagen haben wir hier noch nicht, ne? Warte mal, wie macht das, ich denke, das mache ich mit Bond-Click. So, ok, da gab es noch eine Macht mit Gold. Aber das wird ja noch gut, dann kann ich auch noch machen. Und? Oh, nice one. So, jetzt machen wir das. Ich bin halt einfach. Wenn ich genauso gut zum Beispiel. Ich bin fertig. So, jetzt machen wir das. Ich bin fertig. Schoitet. ��, ich bin fertig. Schoitet. Ich bin fertig. Ich bin fertig. nur noch gucken abnehmen nur noch ein paar kleinigkeit das macht mit Bricks So, dann haben wir das Ding Backware oder wie das Scheiß Ding heißt Dann machen wir es hier komplett Ich habe hier nur noch ein einziges Ding Das ist der... Ich weiß gar nicht was mir noch fehlt Das habe ich schon Das habe ich schon So, das habe ich schon So, jetzt habe ich es alle zusammen Die Tür ist da Das machen wir später mal Das machen wir später mal Das ist das Ich bin da weiter Das war Ich habe nicht den Ich bin da Schöne Man kann es in Ich bin da Ich habe nicht den Ich gebe es Ich gebe es So, von magischer Hand können wir uns leckeres Essen machen. Schauen wir mal gleich, was können wir denn mal machen? Wir könnten Chili machen. Machen wir das und dann braucht es kurz immer noch so machen. Es brennt ja auch erst einmal diese Alonese und Zombie und so was machen. Ich bin dabei. Guck mal, wo ich bin. Ich bin auf den Dingern, auf den Tür drängen. Schön, ne? Ich bin dabei. Deshalb bin ich. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Oh, da gibt es wochen gerät, glaube ich. So, dann haben wir. So, oh ja, wir können bei SPA Barbecue Burger machen. So, ja, wir können bei SPA Barbecue Burger machen. So, ja, wir können bei SPA Barbecue Burger machen. So, ja, wir können bei SPA Barbecue Burger machen. So, ja, wir können bei SPA Barbecue Burger machen. So, ja, wir können bei SPA Barbecue Burger machen. So schnell macht man bitte was ordentliches packen. Nehmt die Mängel, sucht man es auch nicht. So, was macht das? Ähm... Und das nun mit einer kleinen, feinen Mod. Ich mache so stückwürdig die Mod-Vorstellung hier mit nebenbei. Man hat es ja gesehen. Brauchen wir auch Parms auf alle Fälle dazu, sonst funkt diese Mod überhaupt nicht. Und die Arme zum Matto. So, nochmal. Ähm... Und da das sich halt mit den Parms essen und mit den anderen essen, funktioniert das genauso schön. Ähm, braucht man halt für Cookie und für Blockhead braucht man irgendeine andere Mod für Essen. Das lohnt es natürlich. Es gibt viele Fastfood und... Echferfood. Echferfood. Und Krüche und wie der Leiden, ja. Aber am besten ist Parms geeignet, weil wir da am meisten Möglichkeiten haben. Ja, viel Zeug. Ja, sehr, sehr viel. Du brauchst ja nur hier gucken. Es sind alleine zwei Seiten bei dir. Ja, du musst dich jetzt essen. Und so. Ja, ab hier fängt das Essen offiziell an. Von hier... Bis hier. Also es gibt sehr viel Essen. Und... Wir haben es noch nie geschafft alles zu machen. Nee, das schafft man auch nicht. Außer man setzt sich richtig ran, aber... Ja, wir wollen ja später noch vielleicht mal gucken, noch ein Mod rein machen, wo die abwechslungsreich essen müssen. Ja, nee. Und dadurch, dass wir dann bei Parms genug Zeug sein haben, ist das gefährlich. Ja, aber ich habe doch viel Lust bei so verschiedenen Sachen oder fünf oder so. Ja. Da wird doch ganz ja ein Backpack sein. Ja, das ist ja so. Mhm. Okay, top. Vor allem... Du willst noch den Galken hängen? Da hab ich ja doch jetzt schon wieder... Enrico? Ja. Ach nee. Wenn meine Mutter mal irgendwann mich sieht... Wieder... Da halte ich ja nur die eine Folge vor der Nase... Wo ich vorm Ding stehe. Ja. Und ja... Ja ist gut, ja. Dann werde ich da am Galken und aufbammeln. Bzzzzzzzzzzzzzzzzz... Meine Herren. Und damit sag ich jetzt offiziell... Diese Folge neigt sich dem Ende, ne? Ja. Alles klar. Und so ist auch. Ja, unser Tagesleben ist zu Ende, Freunde. Dann sage ich auf Wiedersehen und Wiederschauen.